Ganz starke Leistung auf dem Oktoberfest. Was diese Wiesenkellnerin hier zeigt, lässt selbst den ein oder anderen Mann von Neid erblassen. Seit Beginn des Oktoberfestes geht dieses Video viral. Zu sehen ist eine junge Frau, die 13 Maß Bier trägt. Allein ein leerer Maßkrug wiegt knapp 1,5 Kilogramm. Dazu das flüssige Gold. Insgesamt müssen in diesem Fall fast 30 Kilo vom Ausschank bis zum Tisch getragen werden. Jeweils sechs Bier stemmt sie mit einer Hand, stellt die Biertürme dabei aufeinander. Ein weiteres Maß stapelt sie danach noch gekonnt oben als Krone drauf. Einfach überragend. Ihre Wahnsinnsleistung wird derzeit aber nicht nur von den Gästen, sondern auch in Form von Klickzahlen toleriert. Über 46 Millionen Menschen haben sich dieses Video in den sozialen Medien angeschaut. Und jede Minute werden es mehr. Auf TikTok hat die Herkuleskellnerin übrigens noch mehr Wiesenvideos hochgeladen. Womöglich können wir uns also auch weiterhin auf solche ganz starken Einlagen von ihr freuen. In diesem Sinne Prost und Hals- und Beinbruch. Vielen Dank.